Motorrad-Handschuhe sind spezielle Handschuhe, die für Motorradfahrer entwickelt wurden, um Schutz und Sicherheit während der Fahrt zu bieten. Diese Handschuhe sind aus strapazierfähigen Materialien wie Leder oder synthetischen Stoffen gefertigt und verfügen oft über Verstärkungen an den Handflächen, Knöcheln und Fingern, um Vorverletzungen bei einem Sturz zu schützen. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Hände vor Kälte, Wind, Steinschlägen und anderen äußeren Einflüssen während der Fahrt. Zusätzlich bieten sie verbesserten Grip und Komfort, was die Kontrolle über das Motorrad erleichtert. Motorrad-Handschuhe sind daher von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohlbefinden des Fahrers zu gewährleisten. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Motorrad-Handschuhe. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Kimimoto Motorrad-Handschuhe. Die Arbeitshandschuhe sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Aktivitäten wie Buschkraft, Wandern, Klettern, Schießsport und vieles mehr. Wenn es Qualitätsprobleme gibt, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Bezüglich der Größe empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen. Die Einsatzhandschuhe bestehen aus thermoplastischem Gummi und bieten effektiven Schutz für Handrücken und Finger. Sie können als Motorrad-Handschuhe, ATV-Motocross-Handschuhe oder allgemein für Motorräder verwendet werden. Die Oberfläche dieser Outdoor-Handschuhe besteht aus atmungsaktivem Material, das optimalen Tragekomfort und schnelles Trocknen gewährleistet. Sie sind am Handgelenk mit Klettverschluss verstellbar und eignen sich perfekt als Fahrrad- oder Motorrad-Handschuhe. Die taktischen Handschuhe haben Touchscreen-Beschichtungen an Daumen, Zeige- und Mittelfinger, damit Sie problemlos Ihr Smartphone oder Tablet bedienen können, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Diese Kampf-Handschuhe bestehen aus robustem und abriebfestem Mikrofaser-Gewebe und bieten effektiven Schutz vor Stößen und Abrieb, sei es als taktische Handschuhe, Motorrad-Handschuhe oder Arbeitsausrüstung. Hier ist der Punkt Nummer 4, In-Bike-Motorrad-Handschuhe. Die Motorrad-Handschuhe bestehen aus hochwertigem, angenehmem und leichtem Mikrofasermaterial. Dank des weichen und elastischen Stoffs bieten Sie ein angenehmes Tragegefühl. Auf der Rückseite der Fingerknöchel ist ein Schutzmaterial angebracht, das die Sicherheit erhöht. Das durchlässige Material auf dem Handrücken verbessert die Belüftung und ermöglicht ein schnelles Verdampfen von Schweiß, damit die Hände trocken bleiben. Die Beweglichkeit beim Motorradfahren ist ausgezeichnet. Die Verwendung von heute vom Material auf dem Handrücken bietet einen effektiven Schutz vor Handverletzungen. Die Entlüftungslöcher auf Handflächen und Fingern sind luftdurchlässig und sorgen an warmen Tagen für eine angenehme Belüftung der Hände. Dadurch können Sie Ihren Motorrad- oder Radurlaub genießen. Das TPR-Material auf der Handfläche absorbiert Stöße beim Motor- und Radsport, wodurch das Taubheitsgefühl in den Händen verringert wird. Der Punkt Nummer 3 ist die Zonne-Taktische Handschuhe. Die Outdoor-Handschuhe bieten vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, sei es für Buschkraft, Wandern, Klettern, Schießsport und mehr. Zusätzlich sind sie mit praktischen Schlaufen ausgestattet, die es ermöglichen, die Handschuhe mithilfe der mitgelieferten Karabinerhaken an Hose oder Rucksack zu befestigen. Sollten Qualitätsprobleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen, um die passende Größe zu gewährleisten. Die Handschuhe bieten dank ihrer Kratz- und Verschleißresten-Knechelprotektoren aus Kohlefaser optimalen Schutz für ihre Hände bei Outdoor-Aktivitäten und anderen Arbeiten. Die Oberfläche besteht aus atmungsaktivem Material, das für angenehmen Tragekomfort und schnelles Trocknen sorgt. Zudem ermöglichen die vier Belüftungseinsätze an den Fingern eine effiziente Entweichung von Feuchtigkeit und Schweiß. Das Nylonband mit Klettverschluss am Handgelenk gewährleistet einen perfekten Sitz der Einsatzhandschuhe. Die taktischen Handschuhe sind am Daumen-, Zeige- und Mittelfinger mit einer praktischen Touchscreen-Beschichtung versehen, wodurch Sie problemlos Ihr Smartphone oder Tablet bedienen können, ohne die Outdoor-Handschuhe ausziehen zu müssen. Nummer 2 in unserer Liste ist die Zone Winter Motorrad-Handschuhe. Die Fingerspitzen und Daumen der Motorrad-Handschuhe bestehen aus leitfähigen Touchscreen-Lider, was es einfach und bequem macht, Ihr Handy zu benutzen, selbst wenn Sie die Handschuhe tragen. Diese Outdoor-Handschuhe sind mit Protektoren auf Knöchelhöhe auf der Rückseite der Hand entworfen. Sie bieten eine hohe Stabilität und zusätzlichen Schutz für die Knöchel, um Ihre Hände vor Stößen und Reibungen zu schützen. Die Tinsulat-Isolierung sorgt dafür, dass Ihre Hände auch bei extrem kaltem Wetter warm bleiben und Feuchtigkeit ableiten. Sie sind besonders warm und verhindern Erfrierungen, während Sie ein angenehmes Gefühl in Winterbedingungen bieten. Diese warmen Handschuhe eignen sich vielseitig für Motorradfahren, Rennen, Radfahren, Wandern, Skaten, Skifahren und andere Outdoor-Aktivitäten. Sie sind zudem wasserdicht, gefüttert und äußerst komfortabel. Durch Karbenfasern bieten Sie auch Schutz vor Verbrennungen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Ironies Winter Motorrad-Handschuhe. Verwendung von hochwertiger 3M-Baumbulle und internem aufgerüstetem Longfleece-Material. Die Handschuhe bieten eine Wärme, die 1,5 mal höher ist als bei Gänsedaunen und Entendaunen. Sie sind bequem und hautfreundlich, um Ihnen eine bessere Isolierungserfahrung zu bieten, während die Qualität leicht bleibt. Die Flexibilität der Fingergelenke während der Fahrt wird gewährleistet. Eine leistungsstarke Wasserdichte-Innenschicht verhindert, dass Regen in die Handschuhe eindringt, während der Zeigefinger mit einem Helmwischer ausgestattet ist. Dieser entfernt Regen von der Helmlinse, damit Sie auch bei Regen klar sehen können. Dadurch wird ein komfortables und sicheres Erlebnis bei Aktivitäten im Freien unabhängig vom Wetter gewährleistet. Des Weiteren können Mobiltelefone oder Touchscreen-Geräte bedient werden, ohne die Handschuhe bei Kälte ausziehen zu müssen. Dies bietet ein verbessertes Fahrerlebnis. Umweltschutz ist ebenfalls berücksichtigt. Einige Stoffe der Handschuhe werden aus resützeltem GAS-Stoff hergestellt, welches aus ausrangierten Mineralwasserflaschen gewonnen wird, bekannt als RPT-Stoff. Ein harter und leichter Antisturzschalenschutz im Gelenkbereich schützt Ihre Gelenke vor Verletzungen und verbessert gleichzeitig das Fahrgefühl. Die Handflächen sind mit Silikum ausgestattet, um einen festen Griff an den Motorradgriffen und maximale Kontrolle zu gewährleisten. Zudem reduziert der Handflächenschutz Blutergüsse an den Händen im Falle eines Sturzes. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Motorradhandschuhe unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.